Yo Leute und dann mit Willkommens zurück zu Donkey Kong Country mit Flash Mit Centus Ja Und ich werd das Level eh wieder nicht schaffen Und ich müsste eigentlich das Fenster zu machen Hier geht's schon ganz gut rum Hüpf 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 Centus du schaffst das schon Meinst du? So ein Arsch, haut einfach ab Haha Komm weg sein Geht doch Ah toll Krieg das wieder hin Ist klar Ist ja auch richtig so dass du wieder einen Affen verlierst Du Affe Du bist ein Affe Centus merkst du eigentlich heute was An dem Mikrofon Nein ne? Anders anhörst du? Nein Ganz minimalistisch Ja Man hört Das hört man ganz kaum raus Dass ich Äh was anderes An Mikro habe Okay Aber es lässt sich besser tragen An so'n Scheiß Ja Ja Mit dem alten Das drückt der immer so ein bisschen Nach so 3-4 Stunden Dann Hast irgendwie so'n Druck gehabt Oh Ich weiß Ja Hallo Wenn wir da manchmal 6-7 Stunden zocken Als Ja was anderes Du musst doch nicht so lange zocken Nicht so lange zocken Zacken Zacken Ja Ja 2-3 Uhr Gut schon Guck mal ein N und auf Feuerwehr ein Z Ja Ach guck mal da ist schon wieder was zum speichern Ja Ach du Scheiße gibt's hier nicht so'n Trick Glaub ich ja nicht Glaub ich ja nicht Glaub ich ja nicht Alter was ist denn hier los mit denen Ja so Für die Spring Ach das ist für die Lampen Ja Woviel denn sonst Du Scheiße Was sagtest du denn Der Lokiti Wow Wow Ja Aha Jump jump Was ist mit denen los Ja Mal was ganz anderes Oh ja Ui Dunkel Aber er schafft das Ja Dann musst du doch Dunkel gleich kommen Ja Irgendwo sollte mal ein Donkey kommen Oder ein Speicher Punkt Nein Ich hätte nicht nach hinten gehen sollen Scheiße Ja Wann Jetzt geht's wieder los Failen Ach es geht Es geht Jo Ich muss erstmal Die letzten Folgen Meine Kraft hochladen Ich hab so weniger Da ich jetzt doppelt Für nächste Woche schon mache Ja Ich muss das auch machen Autsch Wird das immer knapp Ja Hab ich gemerkt Meins geht bis 12 ne Ja der Fettsack Da kommt dagegen ne Ja der Fettsack immer Hallo Der hat nen dicken Arsch Ja Genau so wie du ne Nein 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 Ja die Sache ist ja Ja die Sache ist ja Ich hab ja hochgeladen Meins läuft jetzt eine Folge Also die um 11 Uhr bis zum 12 Nur für 15 Uhr habe ich keine Muss ich erstmal noch benennen Ja Also das heißt bei mir 50 Folgen erstmal noch Titel schreiben für Ja für Spaß würde ich sagen ne Ja Da sitze ich auf jeden Fall Bestimmt anderthalb Stunden dran Ja sicher Oder länger Hab ich ja auch Ei 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 Ui Ja das ist die Frage Normalerweise habe ich das ja in den Uploader drin stehen Also alles so fertig Alter Hab ich ja gar nicht mit gerechnet Naja gut Hälfte schon mal reicht Nur Mach mal das auf der Festplatte und vergesst die Backups mit rüber zu ziehen Da ist natürlich auch keine Videobeschreibung drin Ich muss morgen erstmal los Hören wir noch ne Festplatte Ja wieso noch ne Was sind 6TB reichen Sollten ihn gern Also 4TB sind schon wieder voll Ok Kurz knapp Okay doch Und Ja Wieso ist denn so viel voll Ach Spiele Ähm So Ja ich muss generell für Ähm Für Spiele noch ne Festplatte haben Ja Du hättest auch weiter springen können Ja ich weiß Und nicht immer hin und her Ich weiß Ah guck mal Das war Richtig gemacht Naja hier ist er auch wieder Pfff Ich hasse das echt Ich hasse das Level ne Das Level finde ich ganz schön eigentlich wenn das nicht so rutschig wäre ne Also so die Ja du musst Das ist kacke Mit Didi ist das kacke Ja Mit Didi? Ja Ach ne jetzt kommt die Gleich Erstmal kommt der andere Ja ja Und dann kommen erst die Jumpers wieder Ja Hallo Hallo Ja Genau das gleiche was dir auch schon passiert ist Ja das ist aber ein bisschen nervig Ich weiß gar nicht ob das in den anderen Teilen gefixt worden ist Was? Äh Das wenn einer runter rutscht beide Aber ich glaube Das ist da auch so Ich glaub beide fallen runter ja Ja Ich glaub das wurde generell extra so gemacht Kann ich mir nicht ganz gut vorstellen Komm was hast du denn? Ach du Scheiße Na? Oho das war knapp eben Oh ja das war knapp und schon scheiße Das war schlecht Ahja Dieses scheiß Licht Ach du kacke das hab ich gar nicht gehört immer Wir haben zuvor immer das für dich noch nicht mal getroffen Ich hab's aber auch nicht richtig gesehen Au Ja ich hab nur was Gehört Ich hatte auch irgendwas gemerkt aber War's wohl nicht Also dann kann man den Reh raus Ja Hab ja noch genug Leben Ja ja Hat noch Sex Na dann musst du auch langsam Vorankommen jetzt Ja so langsam ne Ja gut du müsstest als Erste nochmal neu machen Ah Aber das ist auch schon so ein bescheidenes Level gewesen So ein beschissenes Ach egal Kar bringt dir nicht wenn du nicht alle Buster machst Weiß Ich glaub da war irgendwas drin aber Mir doch egal Ich weiß nicht was da Durchkommen ist dir die Wiese Ja das stimmt Lalalala Ja Schön Naja Komm her Ich weiß dass der fette Affe einfach die Dinger runterrutschen kann Ja Zack Meins Jetzt kommt das ist die Gefühle wieder da Da ist er zu früh gesprungen Ach nö jetzt kommen die anderen beiden Ja Da musst du ganz da unten und dann kannst du ja Ich hab's grad gemerkt Danke Hab's gemerkt Tipp 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 Der ist ein Ficker, ne? Weißt du, gerade kam er angesprungen. Ja, weil du näher dran warst, deswegen ist er gesprungen. Ich glaube, so sind die Viecher nämlich auch, dass die dann springen, wenn du näher dran bist. Tja, 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 egal, 33 leben noch. Kannst ja nichts machen. Ja, 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 ich nicht. Nee, du musst kurz vor letztes, kurz vor letztes Level. Ja. Ja. Ah, 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 ah. Tschüss. Ich muss heute noch oder morgen mal gucken, Einstellungen ändern an diesem Mikrofon und scheiß. Boah, hört sich doch alles ganz gut an. Ja, hab das nur eingestöpselt und erst die Einstellungen gelassen, die für das andere noch waren. Ganz gefällt mir das noch nicht, aber... Okay, also ich habe keine Probleme. Dann bin ich auch nicht zu verstehen und so. Ja, ist ja auch nichts geändert worden oder so. Ja. Ich hätte ein paar Tests gemacht mit dem Aufnehmen. Hau'r ab. Cheater. Wieso bin ich schon wieder ein Cheater? Weil du ein Sack bist. Oh, das war knapp. Mein Gott, ey. Oh, nicht vergessen. Willst du mich verarschen? Alter, vergiss die Hälfte nicht. Willst du mich verarschen? Gut, stell es mal dran vorbei. Ich glaube es ja nicht. Drecksack. Hallo. Ich habe keine Ahnung, was da oben war. Äh, habe ich letztes Mal auch nicht gehabt. Ja, ist klar. Kommt gleich noch ein Zweiter. Ihr kennt mich mal. Echt. Jetzt ist geil. Wow. Schnell. Voll in die Tiefe. Na ja, wenn ich glaube ich den Speicherpunkt jetzt... Lohnt sich auch nicht, ähm, wenn du nicht weiterkommst. Weißt du was? Fick dich. Fick dich. Ich weiß. Du bist ein Sack. Nee, ich sag... Bin ja mal gespannt, ob du da weiterkommst. Ah, das könnte. Wir wenn. Ja. Erstmal hier. Und die fliegen nur schade. Sieht ja auch so aus wie in Nusschale, ne? Er sagt dich ja. Guck mal, wenn du näher dran bist, dann springen die Viecher. Die sind Mistig, die Dinger. Ja, so wie du. Ah, jetzt muss ich... Das ist Kant. Ja, ja. Ja. Vorbeispringen. So, jetzt kam ihr Mr. Mr. Kami haben wir vororts. Das ist dunkel. Ich will gucken, was da ist. Das ist da. Ach du Scheiße. Was ist mit euch denn hier falsch? Das ist gemein. Oh. Ja. Yay. Geronimo! Ja, alles klar. Und gleich stirbst du noch zum Schluss. Oder wie scheiße, wenn ich siehst wirklich. Jetzt sterbe ich noch irgendwo. Hm. Ne, glaube ich nicht mehr. Doch. Ehrlich. Genau am Ende, wie gemein ist das denn? Oh. Alter, Später. Mach du noch einmal. Ja, und dann. Och man. Aufnahme schloss. Na, cut. Aufnahme schloss. Irgendwas. Cut, Pause, Pause, Arsch, den Mauser. Drei Krokos und ein Jumper. Hm-mm. Ach, das ist oh. Toll. Weißt du, dass schon volle Raussagung ist, dass du gleich K.O. bist? Hä? Das hat schon vorausgedacht, dass du gleich K.O. bist. Was auch, da kommt noch ein dritter. Du bist ein Sack. Ne, da kommt kein dritter, wo dann? Diese Flächen sind... Naja, ich weiß nicht, welcher es war, genau. Ach, ja. Hallo. Tja. Ey, du kannst ja nach unten gehen, ne? Ja. Du kannst dich an die Waage halten. Aber jetzt. Da war die gemeine, die gemeine Ding. Ja, genau was du auch alles. Da bin ich auch wohl zu weit geschwungen. Wo du geschwungen bist, wobei dich das Ding bewegt hat. Ich hatte Angst, dass irgendwas passiert oder so. Da bin ich direkt weiter geschwungen. Genau das gleiche habe ich auch gerade gemacht. Oh, das war schon fast. Ja. Passt, ja. Passt, dass ich wieder in Tod ging. Oh, die kriegen eine Kokosnusschale hier. Vielleicht passiert es ja auch wieder. Ja, dass ich wieder am Ende auch drauf... Was macht der denn da? Wer? Der Typ. Warum laufst du weiter? Ach, scheiße. Der kann nicht mehr dran gedacht, dass... Um nochmal einen zu verlieren. Au, da war Licht. Yay. Ah, da war Licht. Scheiße. Yay. Licht, 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 Arschgericht. Na? Das Arschgericht ist das am letzten gewesen hier. Ja. Oh, das ist eine Aufgabe für Zendos auch so? Find ich. Krieg dich. Du bist ein Arsch. Ich weiß. Das war gut eben. Denk dran, ne? Rennen die Tonne rein. Ach, wollten wir eigentlich nicht so machen, dass ich nur einmal noch mach? Ja, aber... Eigentlich schon. So ist es geschafft. Deswegen hab ich das jetzt noch gemacht. Jawoll. Nö. Und damit wollen wir sagen, bis zum nächsten Mal bei Danke Gone Country. Ciao, ciao. Tschüss.